So, willkommen zum weiteren Part Yoshi's Volleyworlds. Ja, in den Bad gehen wir halt in die Masche der Buhus. Mal gucken, was die mit uns vorhaben. Anscheinend das letzte Geisterhaus. Ähm, was ich mit dem Geist? Ich kann ihn nicht einschlucken. Und sie werden so komisch, kann ich da auf die drauf? Nein. Danke. Ähm, wie bekomme ich bitte Wolle? Wie bitte und woher soll ich bitte Wolle bekommen? Kann man die doch irgendwie einschlucken? Nein. Wie? Wo, wo bitte befindet sich hier Wolle? Vielleicht komme ich nochmal daher. Das kann auch sein. Gehen wir mal weiter. Mehr ist er nicht. Hier ist nur Wolle farming. Ah, okay. Okay. Ja, das erklärt einiges in diesem... Ähm, kann ich hier... Hier oben ist nichts. Ja, da durch. Ich... Hä? Hä? Ha, alles klar. Joah. Da drauf kommen muss man auch jetzt mal. Danke, dass es hier Wolle gibt Ähm, zack Alles klar Alles klar Hä? Ja, verarschen kann ich mich selbst So, warte mal Zack Oh, komm Das kann man wieder wegschieben Äh, das ist wieder so ein Dreck Komm, zack Alles klar Wieder die Nullabreds hier am Start So Ach, ich hab jetzt sein Ernst Dankeschön So, und jetzt schieb das hier weg Gib mir die Wolle Und lass mich da rein So Checkpoint Wow Alles klar Fake Blumen Da oben ist ne Tür mit nem Schloss Wie krieg ich die? Warte mal, kann ich da hinten irgendwas abschicken? Alles klar Da ist ne richtige Blume Gehen wir mal in die Tür da rein Mal sehen, was uns hier erwartet Mit einer Fake Blume Noch einer Noch einer Alles klar Kann man da auch durch? Ja, kann man auch durch So Was erwartet uns? Oh, noch ne Fake Blume Wie viel von denen gibt's denn bitte? Da geht's rauf Warte mal Ich bin wieder zurück Ja Ja, ja, ja Hier war der ganz Hier war ich ganz am Anfang Da unten war ich auch Da unten ist der Switch Ich muss irgendwie das Ding da treffen Ähm Das ist vielleicht auch nach oben Äh, es kommt nicht zurück Was soll ich bitte abschießen? Nämlich das da treff Die Wand da hinten treffe ich nicht Die ist zu weit weg Alles klar Alles klar Denk mir, warum schien sie da die ganze Zeit durch Das erklärt natürlich einiges Nicht alles, aber einiges So Immerhin mal den Switch Alles klar Ich hab keine Wolle mehr Ist das dein Scheiß? Ernst Ah, belastend Richtig, belastend So Wenigstens ist der Weg dahin nicht so weit So Dann machen wir das Ganze halt nochmal Danke Danke Okay Hier ist mal keine Tür Das heißt Es muss die hier sein Hier in der Luft Ist nichts Hier ist jetzt bitte kein Geist Nein Nein Ich muss da hoch Armen Warte mal Das Ding kommt doch eh immer wieder Der Schalker Der Geist auch Hab kein Aim Ich hab kein Aim Geist, geh weg von dem Schalter Ich hab weiterhin kein Aim Der Letzte Der Letzte Hat Gott Nein Nein Nein, da ist nicht Da ist nicht im Ernst was oben Nicht euer Ernst Ich kann es nicht holen Weil ich keine Muni mehr hab Alles klar Fickt euch doch alle Müssen wir nochmal den ganzen Charakter machen Ja Einmal geht's noch Es fuckt ab So Wäre besser Wenn man Ein bisschen mehr Aim hätte Wäre das Ganze auch ein bisschen leichter Danke Das ist eh nichts Rein da Und hoch da Ja Wollteil gefunden Immerhin Erst gucken Ob dahinter was ist Ja Natürlich Ja Es war so klar Na Komm her Dich brauche ich Jetzt komm ich da nicht hoch Weiß man nicht Wie ich dich treffen soll Hab schon ne Idee So Hier oben auch was Durch Durch Einfach durch Hier ein bisschen Munition Checkpoint Was soll ich hier Was soll ich hier Ja Ja jetzt ist nur die Frage Welche Tür ist die richtige Von den beiden Das soll ich hier Ich gehe mal in die hier So So Ich gehe mal in die hier Naja Naja Ja ich hab das alles klar wieder mal das letzte ist richtig ist ja mal wieder der Standard hier so ein bisschen Mission aufstocken ist das jetzt ein Scheißernst ist das jetzt ein es nervt 5 im letzten Schuss getroffen Munition Weg hier Achso hey was ist hier das war sehr verdächtig ok Leben ja kann ich auch gebrauchen hier komm her und hoch da und weg da alles klar alles klar ok nee natürlich auch gerne ups so bitte dankeschön ich glaube ich glaube dass wir jetzt immer so dass wir ein Level pro Part machen wenn wir mehr nicht hinkriegen bitte dankeschön dankeschön dass sich das ausgehen die letzte Blume ne die erste Blume fehlt genau aber aber macht ja nichts das gibt's dann in dem Sammelpart wenigstens haben wir das letzte Yoshi Teil und damit alle Yoshi Teile Stempel Stempel haben wir natürlich Standard 19 vor 20 und ja den Part werde ich hier beenden 17 Minuten für eine Welt die nächste Welt wird sicherlich nicht in drei Minuten beendet werden deshalb gucken wir noch was für Yoshi da rauskommt das ist der Grusel Yoshi ja hier haben wir eine Fließbandwälder erscheint könnte interessant werden im nächsten Part Kletterverliesband alles klar Kletterverliesband also ja was es damit auf sich hat erfahren wir im nächsten Part ja würde ich sagen bis dann auf wiedersehen